Okay, okay, Leute, hier sind wieder Lorik und deine Mama. Wir haben endlich die Wache gefunden, die Königswache. Und wir hoffen jetzt, dass wir zwei Missionen erledigen können. Das eine ist der Königsschmied, den Tod vortäuschen, indem wir den Ring der Königswache geben. Und dann müssen wir noch irgendwas tauschen, damit wir vom Schwarzbrenner das Steuerrad oder sowas kriegen. Oder den Kessel oder irgendwie sowas. Das ist ein Kessel. Ja, ist ein langer Weg rüber. Ja, ein Steuerrad. Und natürlich mit Zufallsbegegnung. Also, mach doch dich bereit zum Kämpfen. Solange ich atme, werde ich kämpfen. Lass mich den Großen besiegen. Du willst sehen, wie viele Schlage ich brauche. Okay. Eine? Seriously? Ja. Ich brauche zwei. Du brauchst zwei? Achtung, du hast nur noch 38. Es war's. Die schaffe ich. Das haut ihn um. Du musst was essen. Du musst was essen. Ich habe den Pups genau auf sein Lager gemacht. Genau auf seinen Zaubertrank. Schnapp den mal bitte alle drei Pflanzen. Okay. Eins. Zwei. Hier ist noch eine Drohung. Kannst du gerne danach gleich machen. Ja. Ich komme. Yippie. Wir haben's geschafft. Wir haben viele Goldstücke. Nicht rausgehen. Ich glaube, da drüben ist noch einer. Oh. Mal sehen. Warte, warte, warte. Noch nicht rausgehen. Oh. Ich weiß, ich weiß, aber noch nicht rausgehen. Ich habe hier gerade Zeug noch eingesammelt. Okay. Ich esse noch den Pilz, aber du kannst schon mal... Warte, warte, gib mir eine Sekunde. Warte, da steht noch eine Box. Eine Kiste. Juhu. Auf zur Königswache. Kannst du wetten. Da wird noch eine geben. Hm. Das ist so ein langer Weg. Ja. Mindestens eine Begegnung oder ein Versteck. Diesmal eine Begegnung. Wie immer. Ja. Ich glaube, das hat ihn gerade... Oh. Na ja. Hallo, Leute. Oh. Ich habe vier Mönchen umgebracht damit. Oh. Da ist noch ein kleiner. Hab ich gar nicht gesehen. Schnappt ihr die Blume? Schnappt ihr die Blume? Und hier legt jeder mal sein Zeug noch drin. Oh, ich habe gerade auch ein Versteck gefunden. Toll. Noch ein Schatz. Genau hier. Oh, da ist auch noch eine Droh. Ja, super. Es regnet auf mich. Tollstücke. Tollstücke. Und andere Kristalle. Und so. Weiter. Hier schnappt ihr. Ich glaube, du hast... Oh. Kein Platz mehr? Nur für die Sachen, die ich einsammeln kann. Oh. Okay, wir haben alles. Ja. Basta. Das war nicht spaßig. Das war nicht schlecht. Oh. Top. Hab's verpasst. Hier, wir gehen. Boah, wir müssen den ganzen Weg runterführen. Ah, du meine Güte. Ja. Ja. Wir wählen Numero wahrscheinlich. Das war der dritte jetzt, ne? Ja. Oh man. Stehen bleiben. Leert eure Taschen. Okay. Okay. Das können wir machen. Oh. Der hat ne Fackel rausgegeben. Warte ganz kurz. Ich nehm das hier mit. Hier wäre ja nicht so viel Zeug. Hm. Hier ist bestimmt irgendwas. Oh. Ja. Ich wollte gerade sagen, in der Ecke ist bestimmt irgendwas. Nimm du mal die Pflanze. Ich hab mein schon. Oh, ist auch ein Wuschick. Ja, ich hab ein Zaubertrauch. Mal sehen, wie viele. Noch eins. Eins. Das könnte irgendwo sein. Vielleicht unten? Es muss nicht immer ne Box sein. Oh, das kann da sein. Das kann da sein, wo du bist vielleicht. Es muss nicht immer ne Box sein. Nein, manchmal ist es auch in den Bäumen oder in den Steinen durchsteckt. Oder in den Pelsen. Mhm. Hopp. Oh, es muss in der Box diesmal. Aus hier. Aha. Okay. Okay. Jetzt openen wir es nochmal. Geht mal fünf wahrscheinlich nicht ohne ne Zufallsbedienung. Vielleicht auch. Ja, 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 ja. Yes. Nice. Endlich. Ja. Cool. Toll. Ich bin gespannt. Jemans Haus. Der hier. Wir waren doch nicht hier. Halt. Wer ist da? Hier ist die Königsmache. Ich will ihnen über einen entflohenen Verbrecher mitteilen. Schieß los und dann verschwinde. Warte kurz. Ich habe diesen Ring von seiner Leiche genommen. Er verbirgt sich in ein Lager im Sumpf. Okay? Ist egal, welcher ist du. Gib mal her. Was ist der Ring des Schmieds des Königs? Wo hast du ihn gefunden? Es ist alles, was ich von ihm nehmen konnte. Weil seine Leiche gerade im Sumpf versunken ist. Aha. Ein Flüchtling. Weniger. Immerhin. Danke. Und jetzt verschwinde. Okay. Warte, warte, warte. Wir wollen ja... Warte, warte. Genau. Lass uns mal gucken, wie weit... Aha. Das ist das von der Distillerie von dem Typ. Von dem Schwarzbrenner. Mal sehen, was der hier sagt. Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Hm. Nicht mit denen reden. Lass uns mal sehen, ob wir vielleicht irgendwo andersrum reinkommen. Oh. Natürlich nicht. Da sind überall die... Oh. Sorry. Die, ähm... Ich gucke... Nein. Nee. Kommt mal nicht rum. Das hier kann ich auch nicht klein hauen. Ich meine, ich kann den... Geht nicht klein zu hauen, ne? Nee. Zumindest können wir da durch. Ja. Du hast einen freien Weg gefunden. Hey. Wie kommt man durch? Gar nicht, oder? Du musst das Tor aufkriegen, ne? Gar nicht, oder? Da liegt noch ein Bild. Warte mal. Bestimmt gibt's einen Weg. Vielleicht hinten rum? Ja, hinten rum. Ja. Nein. Ich komme nicht durch. Achtung. Okay. Das war's. Warum habe ich das nur gerade benutzt? Ich wollte besser... Ah. Ich stehe auf der Pflanze. Ah. Shit. Nein, lass es. Nein, wie soll ich das denn lassen? Deswegen. Oh. Ich stehe. Äh, das macht dir nichts aus. Oh, wirklich? Oh. Äh. Cool. Es... Es smasht ihn. Siehst du? Jetzt ist sie weg. Hat was ausgenutzt? Das war gut, das war gut. Hat was ausgenutzt? Ja, mach du das. Ich nehme die andere. Es macht... Es macht Sinn eigentlich. Das war gut. Oh, hier stehen die Grußleute noch rum. Oh. Äh. Ja. Du musst eine Fackel finden. Mach mal die... Was hast geholfen? Mach mal die Karte an, bitte. Es gibt keine Fackel so weit. Hoch ans Tor gehen, dann bin ich auch wieder da. Hoch ans Tor? Ja, an den Fall da oben. Dann bin ich auch wieder da, wenn du willst. Ich habe keine andere Fackel gesehen so weit. Ich hoffe nicht. Da oben ans Tor siehst du den grünen Strich, wenn du da hochgehst und dann wieder reingehst. Einfach rausgehen und wieder reingehen. Dann bin ich auch wieder da. Rausgehen? Mhm. Und wieder reingehen. Mhm. Du hättest... Mach Pupse auf deinen Lightning. Oh. Ja. Gute Idee. Ich habe uns gesaved. Total. Nicht auf Speed. Ich mag mein Lightning. Lass uns wieder vorsichtig außen rum gehen, nicht mit dem Sprecher. Lad mal ein bisschen auf bei dir. Du brauchst ein bisschen mehr Power. Oh. Du hast ein... Du kannst 100 Health haben? Mhm. Du machst 95, ne? Mach mal bis 95. Stopp, 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 stopp. Du verbrauchst es, obwohl du schon ganz viel hast. Musst du mal ein bisschen gucken, wo du gerade bist. Da oben gibt es noch mehr Blumen. Hey, wo kommst du denn jetzt noch her? Spitz. Da ist noch einer. Oh. Ich habe dicke Folge gemacht. Achtung, ihr kommt gleich. Lauf einfach in den Nebel rum. Hier ist noch einer. Ich werde kurz hier den Musst machen. Mach deine Wolke. Kann ich gerade nicht. Ich mache es dir schon mal. Wow, es macht viel Damage. Ja, ist ziemlich gut. Hallo. Ich laufe schon mal hier rum. Oh. Achtung. Nimm dein... ...Schild. Oh. Ich habe eine Idee. Von hinten schießt was. Lass uns mal dein Schild benutzen. Hier. Ja. 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 Mhm. Die macht uns nichts mehr. Wir haben so viele Fackeln. Ich zünde meine an. Ja, so, dass kein Bum kann. Wow. Haha. Schaffst du den? Ja. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, okay? Zumindest steht der rum. Ja. Mhm. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, okay? Okay. Okay. Jetzt brauche ich keine Hilfe. Schaffst du ihn? Ja. Mit seinem Blitz? Oder irgendwas? Hm? Oder einfach nur kämpfen, wollte ich so sagen. Hier, dann mal die Blume. Ein Brunnen. Nein, nimm die Blume. Okay. Der Brunnen ist völlig ausgedruckt und man kann versuchen herunterzuklettern. Oh. Ja, meinetwegen. Aber du hast ganz wenig Kraft. So, wenn du unten ankommst, sofort aufladen, okay? Mach mal runterklettern. Warum? Warum nicht? Vielleicht finden wir was. Fünf. Wollen wir? Wirklich? Ja. Geh mal bitte gleich auf deinen Aufladen. Oh, wie cool. Hey. Lade mal auf. Das gefällt mir. Das ist ein neuer Ort. Bedeutet aber auch, dass wir uns hier nicht auskennen, dass es hier vielleicht irgendwas gibt. Hey, schubs mich nicht. Hey, hör auf mich zu schubsen. Sorry. Ich wollte nur hier hingehen. Zielstrebig. So mag ich das. Oh, Leder. Ich bin ne Bombe. Cool. Hey. Hier sind ein Jolly Monster. Okay, ich mach'n Pups hier. Dann können wir erstmal da rüber gehen. Mach du mal einen Pups da drüben. Komm mal mit. Mach' mal einen Pups hier. Ich kann mal. Äh, der ist nicht gerade. Mach' mal da drüben dann einen Pups. Okay. Das hat schon mal was gemacht. Mhm. Ich finde, ähm, Pupse und dann Friesen und dann kannst du sie einfach verhauen. Das ist echt gut. Mach' mal ein bisschen deinen Haft. Mhm. Äh, ich würde ne Dings anzünden, damit wir nicht so weit zurücklaufen müssen. Mhm. Kurze Karte gucken. Oh, das ist schön, ein größeres Teil zu sein. Okay. Bist du bereit für den nächsten Pups? Nice. That's how I like it. Ist ne Sackgasse. Bisher haben wir noch nicht viel. Oh, warte. Hier ist schon. Ich wollte gerade sagen, hier unten ist irgendwas. Achtung, hier sind wieder so Piekser auf dem Boden. Bleib an der Seite stehen. Und sei vorsichtig, wenn du einsam bist. Uh, ein neues Schildi. Denk dran, da ist ein Piekser. Mhm. Ist ein neues Schildi. Toll. Was hast du? Ähm, Bäume und Steine. Los, raus damit. Das ist immer das To-Go. Um rauszuschmeißen, dann hast du zwei neue Plätze. Sortieren. Okay. Go for it. Mhm. Ich kann's auch nicht einsammeln. Geh mal da weg erstmal. Okay. Lad dich mal auf. Okay. Ich werde kurz auch was sortieren. Ähm. Den merkwürdigen Helm hier brauche ich auch nicht. Okay. Nein. Ich... Kannst du versuchen? Ja. Ui. Ja. Achtung, hier kommt vielleicht einer. Ja, nimm's ruhig. Mhm. Wie viel macht das? Eins plus? Ja, weil wir unseren so gut aufgebaut haben. Tja, was ist? Möchtest du's haben, oder? Ich möchte's mal versuchen. Okay. Wenn nicht, dann mach ich das andere zurück. Mhm. Okay. Nochmal so... Genau. Ich seh so aus jetzt. Mach dich bereit? Kommt bestimmt irgendwas raus, was fies ist. Ah. Oder auch nicht. Das war nett. Ja, ja. Okay. In der Sackgasse. Das hat mir gefallen. Oh, ich wollte die Karte machen, sorry. Okay. Ja. Das war aber ne schöne Sackgasse. Hat mir gefallen. Hier oben geht's weiter. Oh, okay. In den Spinnennetz. Mhm. Oh, Blitz macht der nicht so viel. Du musst wieder deine Half-Coins ein bisschen aufbessern. Hier unten ist was. Aber lass uns kurz... Warte, stopp. Den Raum fertig machen. Nicht einfach losgehen. Ich sammle mit Speed alles ein, was ich kann. Weil hier war auch irgendwas. Was ist das? Aha. Hier müssen wir wieder was sprengen gleich. Das heißt, wir müssen irgendwo Dynamit finden. Okay. Wir brauchen TNT. Mhm. Von irgendwo. Äh, warum? Aha. Die wollen jemand einsperren. Interessant. Die wollen jemand einsperren. Das ist das. Hier ist TNT, glaube ich. Was ist das für ein Merkwürgeres Fass, das da rumsteht? Okay, jetzt. Stopp. Genau so. Lass sie einfach dastehen. Mhm. Die werden schon sterben. Siehst du? Ich kicke Eis rum. Hier ist, ähm, guck mal, hier ist irgendwas. Du hast nur noch die ganze Schüssel, oder? Ja. Ist wahrscheinlich ein Silberner. Okay. TNT! Stell es mal kurz ab und lass uns den Raum zuerst haben. TNT haben wir gefunden! Super! Wir haben TNT endlich gefunden! Mit Steinen kann man nichts machen. Ich nehme das andere mit. Ich glaube, jeder eins reicht. Ich bin gespannt, was dahinter ist. Wie haben wir das TNT nochmal angemacht? Ich möchte mich nicht unbedingt in die Luft jagen. Können wir den Schutz machen und das anmachen? Mama, ich möchte was versuchen. Nein, das geht nicht. Ich möchte. Du hast noch eine Bombe. Das ist cool. Nein, das wird es nicht machen. Doch, mit der Bombe, das hat bestimmt funktioniert. Let's, okay. Ich glaube, das hat mir schon mal funktioniert, das hat nicht funktioniert. Schon mal probiert, das hat nicht funktioniert so rum. Versuch's. Mach's auf. Hier drauf. Schnell. Schnell hier. Und dann lass mich machen. Ja. Ja, das hatten wir schon mal. Du hast eine Bombe. Gib mir mal die Bombe, leg die mir raus. Ich weiß, wie die zu benutzen ist. Ich wollte es machen sehen, ob wir es wieder so funktioniert. Kannst du das gucken? Okay. Ich will nur da hingehen. Wir haben das in dem anderen schon ein paar Mal versucht, weißt du? Wo wir draußen waren und dann haben wir das ewig versucht. Gib mir mal eine von diesen Bomben raus. Oh ja, tausch zurück. Alles klar. Das ist gerade noch mal gekauft, aber ist das okay. Ich wollte es dann noch mal kaufen. Okay. Eine Bombe bitte. Okay. Ganz unten. Ja. Einfach nur rauslegen. Alle? Egal, ja. Okay. Ja. Benutzt sie mal. Oh, weg da. Hat geholfen. Hat geholfen? Jetzt können wir die TNT sowieso lassen. Oh, hier sind ein paar mehr. Na, mach mal einen Pups. Oh, hast du auch weit gemacht. Super. Hm. Für irgendwas brauchen wir die Steine. Ja. Ist mal was? Ist mal was, du kleiner Mann? Stopp, stopp, stopp. Langsam, langsam am Ende. Sehr gut. Alle Pupser aufgeladen? Ich nehme den oben, du nimmst den unten. Oh, das sind so viele? Ja. Pupser aufladen. Und dann freezen. Hab sie. Ja. Das klappt gut. Okay. Ich warte kurz, bis meine aufgeladen ist. Ich auch. Alles klar. Wir müssen hier einen Stein dazwischen schieben. Wenn du das machst, erledige ich die Dinger hier kurz. Auch wenn du sterbst? Ich sterbe nicht. Keine Sorge. Hm. Ich muss mal kurz außen rum gehen. Wenn du willst, kannst du hoch gehen. Okay, du machst das? Alles klar. Dankeschön. Das war doof. Warte kurz. Okay, warte. Wir müssen diese Dinger hier nehmen. Alles, Sweetie? Das war gar nicht gut. Sorry. Das muss ich kurz. Jetzt weiß ich das. Warte kurz. Ich muss das kurz hier reinlegen. Jetzt, glaube ich, den da machen. Den zweiten. Irgendwas müssen wir da drauf. Was machen wir damit? Hier ist noch ein Hebel. Geh mal rüber. Und mach den zweiten Hebel. Nicht den ersten, den zweiten. Hey. Mach den hier drauf. Ja. Ja, aber... Mach den hier raus zuerst. Ja. Smart. Ja. Spitzer. Okay. Bist du soweit? Äh, fast. Äh, fast. Okay, warte kurz. Ich steck's drauf. Nee, das hat's nicht gebracht. Den anderen. Und jetzt wieder den zweiten. Ja. Oh. Really? Do it one more time. Gut. Yes. Okay. Hm. Dreh den anderen nochmal um. Den anderen. Mhm. Mhm. Ah, hier ist noch ein Hebel. Sorry. Den anderen nochmal. Okay. Kleines Essel hier. Aha. Oh. Nochmal. Äh, nee. Den nochmal, ja. Das ist natürlich nicht. Jetzt. Warte kurz. Aha. Ha, 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 ha. Ah. Haben wir es geschafft? Jo. Endlich. Warte. Nein. Falsche Taste. Wow, das war noch nicht alles. Nein. Aber wir haben es offen so. Wir lassen es einfach mal so. Wir können nochmal nach links rüber gehen. Da ist noch irgendwie was. Da ist ja noch so ein kleines Schlauermonster gewesen. Wirklich? Hm, da war noch so ein kleines grünes in der Ecke. Oh, sorry. Wir passen hier nicht zu zweit durch. Wir zwei Dickies. Hahaha. Dickies. Guck, da war noch so einer. Den machen wir noch schnell alle. Okay. Der hatte hier vielleicht noch irgendwas Gutes für uns, oder? Nein. Nur wegen der Fackel? Hä? Nur wegen der Fackel? Darum haben wir unser Leben... Riskiert? Riskiert? Hm. Naja, zumindest haben wir weniger, bis wir... Vielleicht brauchen wir das noch. War hier hinten drüben noch was? Hey! Stellen wir uns doch da rein. Ja, stellst mal da in die Mitte. Was muss man da reinstellen? Ja. War da was in der Mitte? Was muss man denn da reinstellen? Hier sind wir hergekommen. Noch was unten links oder so? Das war eine Einbahnstraße-Karte. Sieht nicht so aus, als wäre da noch was. Was? Ich glaube, das war's. Okay. Lass uns durch das Tor da drüben gehen, wo wir gerade hergekommen sind. Meist das? Nein, nein, nein. Ähm... Das, was wir gerade extra geöffnet haben... Hihi! Du hast mich geschoben! Wie cool war das denn? Du hast mich den ganzen Weg geschoben. Wirklich? Ja! Und ich bin ein Stück schneller mit dir gewesen. Was? Oh, oh. Okay. Es gibt ja einen Grund, was da ist. Wir haben zwei Kisten nicht gefunden, aber... Wir haben jede Menge Zeug gefunden. Ein Fass... Ah, das ist der Hintereingang! Perfekt! Meist! Was? Das ist der Hintereingang. Wir sind jetzt hinter der Königswarte. Wir können jetzt dem... Ich mach den Scherz gerade auf. Mach den da drüben auf. Ja. Uh! Uh! Guck! Uh! It's finally here! Ah! Du bist aufs Krönigel gekommen. Ah! Habs gefasst gefunden! Okay. Wir machen hier noch alles kurz aus. Was ist das hier? Was ist das da? Das ist ein Helm, oder? Wo ich gerade drauf stehe. Schmeiß einfach was raus. Dann kannst du es mal sehen. Mal sehen. Was hast du? Stein und Holz bitte. Wie immer. Ja. Weg damit. Okay. Ich komme und hole es, damit du nicht aus Versehen drüberläufst. Okay. Irgendwie kannst du es nicht... Ah! Jetzt! Mhm. Was? Es ist eine Maske. Plus eins. Ah. Okay. Warum nicht? Das ist doch mal neu. Äh. Jetzt muss ich mich davon gewöhnen. Ah! Ich weiß nicht, ich sehe lustig aus. Aber es ist... Es ist super aus. Es ist nicht so lustig. Okay. Das schützt dich. Das schützt dich voll gut. Ich seh lustig aus damit, aber... Nein. Es schützt dich. Wie komme ich denn hier rum? Verdammt nochmal! Muss ich hier im Kreis laufen? Ehrlich? Oh, sorry. Aha. So. Jetzt. Hier sind noch diese zwei... Oh, die können wir nicht mit mir, wie das aussieht. Oh. Komm mit mir! Falls... Falls hier noch ein Baum ist. Wir schleichen uns raus. Hier ist gleich noch ein Baum. Ja, ja. Oder nicht? Oh. Oh, guck mal auf. Das ist kein Baum. Hm, 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 hm. Eine gute Kiste. Ich hab Papier gekriegt für eine Focke. Toll. Ich glaube, wir müssen durch den... Ich kann nicht weiter! Ja, das war nur ein kleines Versteck. Guck, wir sind auf der Karte auf so einem kleinen Versteck. Und wir müssen in den Dungeon auf der anderen Seite raus. Und dann schleichen wir uns oben raus. Und den Wachen vorbei, okay? Ja, ich habe es versucht, da kommen wir nicht durch. Ich möchte den kommen. Ich habe es auch versucht, ich komme da nicht dran. Wir sind zu klein wie zwei Dickies. Nein, wir sind zu dick. Okay, einfach wieder rauslatschen auf der anderen Seite. Oh, guck mal, hier. Wer ist denn da zurück? Hm. Die können wir eigentlich lassen und versuchen einfach durchzulaufen. Ja. Außer den da. Die kleine Schleimis. Gatte, ich brauche noch eine Sekunde für mein Gift. Okay. Aber ich nicht. Oh, du hast noch ein Gift. Okay. Hier ist noch einer, du bist dran. Freeze. Freeze him. Das war eine Explosion. Warte, ich kann noch nicht durchgehen. Ich muss kurz warten, bis meine Superpower zurück ist. Well. Okay. Na, Leute, ist euch ein Pups gefährlich. Bisschen kalt hier, hm? Warte, bleib hier. Nein, ich habe beides aufgeladen. Hoch und links. Hoch und links. Ich habe beides aufgeladen. Ne, den brauchen wir nicht. Ne, wir haben genug mit denen hier zu tun. Jetzt brauche ich den zu machen. Eigentlich nicht. Halbier, oder? Auf einmal kommen hier diese Riesen-Dinger raus. Ich habe nicht mal meinen Pups benutzt. Warte kurz, Karte gucken. Wir müssen nach links und oben. Ich habe nichts benutzt. Äh, ist mal was. Nicht nach oben. Hier ist auch noch einer. Ist egal eigentlich, ob wir den oben oder den unten nehmen. Weißt du, auf mich zu piepst? Ich mache den hier. Kalt hier, oder? Das klappt echt gut. Ich mag das. Oh. Mhm. Wow, wir haben es geschafft. Ja, spitze. So, jetzt schleichen wir uns hier noch raus. Wie war das doch gleich? Warte mal, nimm mal die, ähm... Ich nehme die mal kurz. Hallo, Baum. Ich sehe neu aus, oder? Ja, guck mal. Wir schleichen uns jetzt da unten durch. Und dann nach rechts oben raus, okay? Okay. Also irgendwie hier, glaube ich. Pass auf für Bäume. Schlimme Bäume. Wenn du Bäume, schlimme Bäume siehst, dann mach einfach deinen Pups. Hey, hey, hey. Oh. Weg hier. Nicht schlecht. Mein Weg hier funktioniert irgendwie nicht. Okay. Mein Weg hier. Es ist kurz Zeit für eine kleine Pause. Bis bald, Leute. Äh, wir werden jetzt gleich in der nächsten Version versuchen, alle unsere Sachen zurückzugeben, damit wir unser Luftschiff kriegen. Äh, endlich mal. Also, bis gleich.